Sie bedeutet, über ein Touch-Bedienfeld, das wir Ihnen gleich gerne auch noch mal näher zeigen und erklären, können Sie die verbrannten Kalorien pro Minute quasi nur so runterputzeln sehen. Was bedeutet, dass Sie hier natürlich auch einen motivierenden Aspekt haben, weil Sie einfach sehen, was Sie machen. Und genau darum geht es ja am Ende des Tages. Wir alle wollen sehen, was wir tun. Gehen wir mal rüber zu Diana und schauen uns das Ganze mal an. So, also eine schöne breite Vibrationsfläche und vor allem Standfläche, die Sie haben, die Ihnen natürlich eine Sicherheit generiert, wenn Sie sich jetzt zu Hause auf den Vibrationstrainer hinstellen. Sie sehen, Diana hat die Möglichkeit, sich hinzustellen, wie auch immer sie möchte. Und das macht sie jetzt gerade in einer dünnen Strumpfhose. Das heißt, Sie können es barfuß machen, im Pyjama, vielleicht auch nur mit der Unterhose oder wenn Sie wollen, natürlich auch in voller Montur mit Jeans oder Sport-Outfit. Ja, extra hast du Massage. Genau, Sie sehen ja auch diese kleinen Noppen, die natürlich gerade dazu dienen, falls Sie Socken tragen oder barfuß auf Ihren Vibrationstrainer gehen, dass Sie auch gleich so eine Fußreflexzonen-Massage haben. Also, richtig schön gemacht, denn hier natürlich zum einen über das Bedienfeld bedienbar und zum anderen auch über eine mitgelieferte Fernbedienung, die Sie jetzt hier haben, wo Sie zum Beispiel verschiedene Frequenzen einstellen können, sprich verschiedene Intensitäten. Heißt in diesem Fall, wie schnell die Vibrationsplatte einfach wackelt und wie groß der Trainingseffekt ist. Sie stellen sich einfach drauf, egal wie es Ihnen passt, egal wie Sie sich sicher fühlen, stellen sich auf den Vibrationstrainer und lassen sich jetzt mal 10 Minuten durch den integrierten Timers mal so ein bisschen durchschütteln. Herrlich und vor allem herrlich ist auch der Preis, Diana, stimmt? Ja. Wie viel? 89 Euro für die Karte. Nein. Echt? Aber nur jetzt, wir schauen mal auf Pearl.de, denn regulär ist der deutlich teurer, denn wir sehen jetzt gleich einen Katalogpreis von knapp Hundestimmen ohne Ende, zahlreiche Kundenbewertungen, die wir hier haben. Eigentlich müsste ja ganz Deutschland wackeln, wenn die Vibrationstrainer morgens oder auch abends angeschaltet werden. Und genau das ist der Punkt. Wir möchten Ihnen sportliche Geräte zeigen, die sich in Ihren Alltag integrieren und nicht andersrum. Wir wollen nicht, dass Sie jetzt hier rausgehen, eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden, Zeit vergeuden, irgendwo das Gefühl haben, duellieren zu müssen, weil vielleicht noch andere Menschen irgendwo sind, wo Sie sich unwohl fühlen. Hier sind Sie zu Hause in Ihrer trauten Umgebung, hier fühlen Sie sich wohl. Schauen Sie währenddessen in den 10 Minütchen ein bisschen Fernseher, wenn Sie wünschen. Machen Sie es sich gemütlich, machen Sie es sich entspannt, trainieren Sie, wann immer Sie wollen. Wenn Sie mal keinen Bock haben, einen Tag oder zwei, machen Sie halt eben nichts. Wenn Sie in den Urlaub fahren, bleibt der Vibrationstrainer zu Hause stehen. Und das Schöne ist, Sie können ihn ja nicht nur alleine nutzen, sondern gerne auch mit der gesamten Familie, sprich mit Partner oder Partnerin. Wie fühlt es sich an, Diana? Ja, das ist cool. Und ich finde es schön, dass du ganz sportlich kannst. Das ist ein ganz, ganz toller Einstiegsvibrationstrainer. Sie sehen, wir haben mehrere Varianten heute für Sie mal mitgebracht. Schmetterling. Genau. Schmetterling. Wir wollen ja, dass Sie den richtigen finden. Und somit kommen wir zum nächsten. Und das ist unser Schmetterlingsvibrationstrainer, auf den wir wirklich auch ganz besonders stolz sind. Auf den werde ich jetzt gleich auch mal gehen. So, zack. Ich stelle mal ein bisschen höher die Intensität ein. Und dann einfach draufstellen. Genau das war es. Und Sie sehen jetzt hier gerade schon eine Revolution aus dem Jahr 2019. Denn das ist ein brandneues Modell, wo jetzt clevererweise die Vibrationsfläche unterbrochen wurde, sodass Sie zwei Module haben. Warum? Ganz klar. Viele Männer wollen mit dem Vibrationstraining von zu Hause aus trainieren. Und haben uns geschrieben, Sie wollen es noch intensiver. Sie wollen noch mehr Trainingseffekt. Und dann macht es natürlich Sinn, ganz einfach spielend leicht für Sie zu sagen, Wenn Sie hier statt einer großen Vibrationsfläche zwei separat voneinander getrennte haben, ist natürlich die Bewegung deutlich höher, die jetzt hier von Ihrer Muskulatur aufgenommen wird und die Muskelfaser hier selbstverständlich anspricht. Was einfach bedeutet, dass dieser Vibrationstrainer wie ein Schmetterling seine Flügelchen einmal faltet, beziehungsweise auch nutzt, um jetzt hier möglichst viele Impulse an Ihrer Muskulatur weiterzuleiten. Das ist ein Männervibrationstrainer. Das ist ein richtig intensiver Vibrationstrainer, den Sie wirklich spüren. Und das nicht nur im Beinbereich, sondern auch hier natürlich im Rumpfbereich und vor allem in der Schulterrückenmuskelpartie. Wie ist es dir? Ich gehe ja jeden Tag und mache ja Sport und alles drum und dran. Aber auch ich muss mir manchmal in den Popo treten und mir neue Sportschuhe kaufen oder eine neue Sporthose, um mich ganz einfach ein bisschen zu motivieren. Und wenn es Ihnen auch so geht, dann greifen Sie doch bei diesen Preisen hier zu. Sichern Sie sich mal einen neuen Vibrationstrainer, weil Sie heute hier unfassbar viel sparen. Und dass ich Ihnen nicht einen vom Pferd erzähle, schauen wir uns jetzt einfach noch mal gemeinsam perl.de an. Für 129,95 Euro. Wir haben den Preis fast halbiert. Das ist Wahnsinn, echt. Aber nur heute, oder? Nur heute. Ja, das ist ein gutes Geschenk für selbst für Weihnachten. Ganz genau. Das ist ein ganz tolles Geschenk für Sie zum neuen Jahr. Nutzen Sie einfach jetzt hier die Preistersparnis. Wir müssen da wirklich auch sagen, unser Chef, der isst ja nur noch trockene Nudeln mit Ketchup in den nächsten Wochen bei den Preisen, die wir hier raushauen. Wir verdienen ja gar nichts mehr daran. Es geht uns ja einfach nur darum, gemeinsam mit Ihnen in ein gesundes Jahr 2020 starten zu können. Wir können Ihnen die Vibrationsplatten nur zeigen. Sie müssen bestellen. Sie müssen sich darauf stellen und damit den ersten Schritt machen. Wir können wirklich hier nur alles, was uns möglich ist, an dieser Stelle verwirklichen. Und das ist diese unfassbare Preisersparnis hier an Sie weitergeben zu können. Sie sehen es, das TV-Kontingent ist extrem begrenzt. Was das bedeutet, erkläre ich Ihnen binnen weniger Minuten. Sie dürfen jetzt hier zugreifen mit der NX 6092, der 569, Ihrer Bestellnummer. 71% Preisersparnis zur unverbindlichen Preisempfehlung, die bei 450 Euro liegt, auf 250 Euro auf Pearl.de. Hier schon für Sie reduziert. Und heute hier nur für 129,95 Euro. Ganz, ganz begrenzt für Vibrationstrainer ist nochmal, der da richtig intensiv ist, aufgrund dessen, dass Sie hier zwei Vibrationsflächen haben, statt einer gesamten. Wir kommen zum nächsten Modell und das ist auch herrlich. Das ist so schön, dass wir heute so viele verschiedene Varianten für Sie einfach haben, dass Sie den richtigen Vibrationstrainer für Sie finden und kommen jetzt zu einer extra breiten, extra robusten Vibrationsplatte, die Ihnen maximale Sicherheit für das Training zu Hause bietet. Und ich finde das cool, dass du kannst nicht nur deine Körper trainieren, also deine Arme. Genau. 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 Ja, Sie haben nämlich bei jedem Vibrationstrainer... Ich zeige mal, okay? Genau, zeige es einfach mal. Bei jedem Vibrationstrainer, nicht nur bei dem Modell, das wir gerade zeigen, sondern wirklich bei jedem. Ja, ja. Auch immer Expander mit im Lieferumfang gleich... Für Männer. Begriffen, genau. Sie sehen, das sind hier so wunderschöne elastische Seilzüge, die Sie haben, die im oberen Teil natürlich selbstverständlich schön abgepolstert wurden, mit denen Sie sich zum einen festhalten können, mit denen Sie zum anderen natürlich auch zusätzliche Übungen für den Schulter-, für den Armbereich machen können, falls Sie das wünschen. Diese Vibrationsplatte ist der Hammer. Bis 150 Kilogramm belastbar. Heißt also für Sie, wenn Sie jetzt mal zwei, drei Spekulatius zu viel gegessen haben... Jeden Tag. Wenn Sie mal eine ganz schwere Jogginghose anhaben und aufgrund dessen vielleicht ein Kilo mehr wiegen, als Sie eigentlich sollten, wenn Sie verstehen, was ich meine, dann ist der hier genau der Richtige. Der ist super robust, der dient Ihnen natürlich gerade auch als Hilfe, dazu, Gewicht zu reduzieren, wenn das jetzt primär Ihr Ziel ist im Jahre 2020. Auch das ist natürlich gerade mit der Gesundheit ganz, ganz wichtig, wenn Sie etwas Gewicht verlieren, was auch vielleicht hier der Arzt schon geratet hat, was Sie aber auch merken, Sie fühlen sich unwohl, Sie werden vielleicht auch vom Partner mal auf der Couch so ein bisschen angestupst, wenn dann Vibrationstrainer kommen oder auch Ernährungsratgeber. Ist der wirklich toll, denn Sie stellen sich einfach zehn Minuten darauf, egal ob morgens oder abends, egal ob Sie es alleine machen, ob Sie im Fernsehen währenddessen anhaben oder nicht. Ist auch nicht schlimm, wenn Sie mal einen Tag Pause machen, das ist kein Problem. Stellen Sie sich hier einfach drauf, halten Sie sich an den Expandern fest, stellen jetzt hier die Frequenz Ihrer Wahl, sprich also die Geschwindigkeit der Kippbewegung, der Vibrationsfläche im horizontalen Bereich einfach in Ihre gewünschte Intensität ein und lassen diesen Körper, den Sie hier haben, einfach mal arbeiten. Und genau darum geht es, den Körper wieder aufzuwecken, die Durchblutung zu fördern, zu verbessern, zu normalisieren vor allem auch. Ihre Muskulatur endlich wieder, hier natürlich auch, den Reiz zu geben, einfach erhalten zu bleiben. Denn das ist auch ein Punkt, wir merken gerade natürlich auch mit zunehmendem Alter, wenn wir 29,5 sind, merkt man einfach ganz, ganz schnell und oft natürlich auch, wie die Muskulatur abbaut aufgrund von der Schonhaltung, die wir einnehmen. Früher haben Sie noch viel im Garten gemacht, futiver, vitaler, agiler und das mit 10 Minuten ist herrlich, oder? Das ist super, du musst einfach zu Hause bleiben, du musst nicht draußen gehen. Zum Beispiel für mich jetzt, ich hasse, wenn es kalt draußen ist, ja. Zweitens habe ich keinen Vorschein, deutschen Vorschein, nur. Also bei mir, das ist einfach toll, einfach Hammer, diese Vibrationsplatte zu Hause haben. Ganz genau, und das ist das Schöne. Übrigens bei dem Modell, was Sie gerade sehen, wurde jetzt auch die Vibrationstechnik für Sie schon hier im Jahre 2019 natürlich verbessert. Das heißt, Sie haben nicht nur die horizontale, sondern auch kombiniert noch die vertikale Bewegungsmöglichkeit des Vibrationsdrehen. Sie stellen sich einfach nur drauf, bedeutet für Sie, dadurch, dass er bis 150 Kilogramm belastbar ist, ist er einfach noch robuster, dann eine noch breitere Standfläche, dass Sie einfach noch mehr Sicherheit haben, wenn Sie sich darauf stellen. Und vor allem, der hat jetzt noch mehr Trainingseffekte für 149,95 Euro. Das ist legendär, was wir Ihnen heute hier zeigen und präsentieren dürfen. Der kommt schon fast versandkostenfrei. Legen Sie bitte noch einen 5-Euro-Show-Artikel mit in den Warenkorb, damit Porto und Versand auf uns gehen. Zu den beiden beliebtesten. Zu den Favoriten, genau, sagte sie und viel über ihre High Heels. Und vor allem zu dem Modell, was ich meiner Oma ja dieses Jahr schenken werde. Echt? Ja, das ist aber süß. Ja, ich liebe den. Ach Gott, das ist ein Modell, ich weiß gar nicht, wie oft wir den dieses Jahr an Sie verschicken durften. Unzählige Male. So viele Bestellungen, so viele Kundenzuschriften, wo uns Damen und Herren selbst im Alter von 90 Jahren geschrieben haben. Mit dem haben sie so tolle Ergebnisse zu Hause erzielt. Das hat ja so viel Spaß gemacht. Und wie sie jetzt mit den Kindern und den Hunden in Gassi gehen, das ist ja gar nicht mehr vergleichbar zu der Zeit vor dem Vibrationstraining. Das hat ihr Leben verändert. Und genau das möchte ich auch meiner Oma zu Weihnachten schenken. 189,95 Euro für neuste Technik, für wunderbare Vibrationstrainer ist der Hammer. Diana, das ist auch deine Lieblingsmodelle, oder? Ja, diesen Roten ist mein Lieblings. Und weißt du, wann hatte ich meine erste Vibrationsplatte gekauft? Wann? Wann hatte ich Rückenschmerzen. Das ist sehr, sehr gut wie Massage, das mein Arzt hat mir gesagt. Dass du ein bisschen Training machen sollst? Ja. Und dann hast du den ersten Vibrationstrainer geholt. Und genau das kann ich nur empfehlen. Also nicht nur Sport, also ja, das ist gesund auf jeden Fall. Genau, es ist gesund sich zu bewegen, es ist gesund sportlich aktiv zu sein und es ist natürlich auch durch Studien belegt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Sie mit dem Vibrationstrainer, wie gesagt, meine persönliche Erfahrung, genau diese Effekte erzielen, wie Sie diese normalerweise im Fitnessstudio mit vielen, vielen Stunden Kraftaufwand eigentlich dort dann bewerkstelligen würden. Das ist herrlich. Warum habe ich den für meine Oma ausgesucht? Schöne, breite Vibrationsstandfläche. Schauen Sie sich das an. Dann vor allem hier auch eine Zwei-Motoren-Technik. Denn schauen Sie mal, dieser Vibrationstrainer kann seine komplette Bewegungsrichtung verändern, indem wir hier ganz einfach die Einstellung ändern und in den linearen Modus geht. Das ist, meine Damen und Herren, das, was die Physiotherapeuten mit Ihnen machen. Das ist die Stabilisierung Ihrer Rumpfmuskulatur. Das ist genau das, was jetzt Ihren Rücken stärkt und stabilisiert. Und wenn Sie sagen, Sie haben keinen Bock, zweimal zehn Minuten mit zwei verschiedenen Motortechniken zu machen, dann kombinieren Sie einfach beide Vibrationstechniken und haben jetzt hier binnen zehn Minuten ein hervorragendes Training für Ihren gesamten Körper. Das ist der Hammer. Wir haben übrigens auch einen Artikel, wollen Sie den sich mal gemeinsam mit uns anschauen? Ich würde sagen, da werfen wir mal einen Blick drauf.